Wenn zahnlosen Bewerbungen der Biss fehlt, braucht man sich nicht wundern, wenn der Briefkasten oder das Postfachlaufen voll ist mit Absagen. Anschreiben, die kein Interesse wecken, Lebensläufe, die überhaupt keine Antworten auf die Fragen des Unternehmens oder Personalentscheiders geben oder wenn gerade auch noch das Vorstellungsgespräch zum peinlichen Gestammel wird, dann braucht man sich ja wirklich nicht wundern, wenn es mit der Karriere nicht vorangeht. Für Sie steht ab sofort das neu überarbeitete Modul bzw. Premiumkurs zeitgemäß bewerben zur Verfügung, sogar mit einem total interessanten Sommerspecial, wo Sie richtig viel Geld sparen können. Sie erhalten Anleitungen, Vorschläge, Anregungen, Tipps, wie Sie Ihr Anschreiben deutlich verbessern können und interessant machen können, wie Sie in Ihrem Lebenslauf dem entsprechenden Leser personaler Antworten auf dessen Fragen geben und wie Sie sich auf Ihr Vorstellungsgespräch professionell vorbereiten. Darüber hinaus auch viele Tipps, Tricks und Insider-Informationen, die sonst wirklich nirgends geschrieben stehen oder zu lesen sind. Und ganz toll für Sie natürlich momentan das Sommerspecial, Sie bekommen einen ganzen Kurs, auf den Sie ständig und auf den Sie ständig dann auch zurückgreifen können, je nachdem wo Sie gerade in Ihrer Bewerbung sind, statt 210 und nur 49 Euro. Das heißt, Sie sparen 150 Euro. Klicken Sie für mehr Informationen einfach auf die Links oben oder unten, dort erfahren Sie mehr. Sie können sofort buchen und sofort eben auch das Geld sparen und Ihre Karriere und Ihre Berufszene positiv und professionell umsetzen und nach vorne treiben. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.